Die Jugend des SV Rödinghausen war in dieser Saison mehr als erfolgreich. Aus diesem Anlass heute ein SVR TV News Spezial mit Jugendkoordinator und Co-Trainer der U19 Tim Daseking und mit dem Coach der U17 Marc Stadtlander. Schön, dass ihr beide die Zeit gefunden habt. Gerade auch danke an dich Tim, denn Georg Wittner, der Coach der U15, die auch sehr erfolgreich waren dieses Jahr, der ist leider verhindert. Dafür umso besser, dass du als Jugendkoordinator dann heute hier dabei bist, weil du ja irgendwo für jede Mannschaft hier stehst. Es ist deine erste Saison hier im Verein, die jetzt zu Ende geht. Die U19, die U17 und auch die U15, die haben alle drei das Double geholt aus Kreispokal und aus Meisterschaft letztendlich auch. Ein gutes Jahr für dich oder wie siehst du das erste Jahr hier in dem Verein? Ja Max, ich denke, das können wir zweifelsohne sagen. Ich glaube, wir können insgesamt mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden sein und ich denke, wir können auch ein Stück weit stolz dann auf die geleistete Arbeit sein, die dann hier unsere Trainer, unsere Spieler, unsere Eltern und auch alle Beteiligten, die dann letztendlich zu dieser Leistung beigetragen haben, dann nur uns auf diesem Wege dann ganz herzlich bei denen bedanken und blicken da einfach sehr positiv zurück. Wo siehst du, also jetzt mal klar, wir haben jetzt diese Erfolge als einen Beweis für die gute Jugendarbeit hier im Verein. Stand jetzt, so nach einem Jahr, denkst du, dass der SVR auf einem guten Weg ist, diese Jugendarbeit auch noch weiter zu verbessern? Ich denke, das können wir zweifelsohne sagen. Ich glaube, dass vor allen Dingen auch die Aufstiege so ein bisschen dazu beitragen, vielleicht die Qualität der Ausbildung ein bisschen weiterzuentwickeln. Das ist letztendlich schon ein entscheidender Baustein, gerade wenn es vielleicht so ein bisschen darum geht, vielleicht Spieler hier wieder für unseren Verein zu gewinnen, dass die Eltern natürlich auch zum großen Teil dann so ein bisschen auf die Liegenzuhörigkeit gucken. Wir treiben natürlich, dadurch tragen wir so ein bisschen dazu bei, dass wir die Qualität verbessern, sind natürlich aber auch bemüht, neben der Liegenzuhörigkeit vor allen Dingen so ein bisschen auf den Trainingsbetrieb zu gucken, dass wir uns einfach viele Gedanken machen, wie wir die Organisation um diese Mannschaften einfach verbessern können und vielleicht immer Stück für Stück etwas professioneller werden wollen. Marc, im Winter war es. Da hatten wir ja schon mal ein Interview nach dem Kreispokalgewinn. Da hast du gesagt, dass du bei so deiner Planung für diese Saison dir natürlich auch hofft hast, dass die Mannschaft diesen Erfolg haben wird, den sie jetzt dann diese Saison auch letztlich hatte. Aber gut, also Erfolg ist natürlich nicht planbar. Als Trainer kann man so ein bisschen versuchen rauszukitzeln, wenn dir jemanden halt gute Spieler holt. Da würde mich jetzt mal interessieren als Trainer. Guckst du da nur auf die spielerische Qualität oder achtest du auch auf den Charakter eines Spielers? Also neben der sportlichen Qualität achten wir natürlich ganz besonders darauf, dass die Spieler charakterlich zu uns passen, dass es sich in Mannschaftsgefüge integrieren kann. Ich besonders lege auch sehr viel Wert darauf, dass die Spieler eine hohe Eigenmotivation einfach mitbringen. Ihr habt jetzt wirklich eine wahnsinnige Saison gespielt. 61 Punkte aktuell, eine Tordifferenz von plus 108. Das ist echt Wahnsinn. Ihr habt euer Ziel erreicht, den Aufstieg. Den habt ihr geschafft. Und man muss auch sagen, was halt auch auffällt bei euch, ihr habt einen super Teamspirit. Ihr habt eine tolle Mannschaft. Wie sieht das jetzt nächste Saison aus? Fällt viel weg, also bricht viel weg aus der Mannschaft oder bleibt der Kern da? Ja, also erstmal hast du recht. Ich glaube, diese Saison wurden wir ja wirklich von diesem Teamspirit getragen. Das muss man einfach so sagen. War eine unglaubliche Saison. 16 Spieler aus dem 20er-Kader werden dann die A-Jugend aufrücken. Das heißt dann, dass halt vier Spieler dann für die nächste Saison bleiben werden. Letztendlich haben wir aber auch eine sehr gute U16, sodass wir insgesamt im nächsten Jahr, glaube ich, über einen tollen Kader verfügen, der dann auch mehr oder weniger noch punktuell ergänzt wird von externen Spielern. Tim, drei Teams sind also jetzt aufgestiegen. U19, U17, U15. So als Verein, was gibt man für Ziele diesen Mannschaften jetzt fürs nächste Jahr mit auf den Weg? Sollen die die Klasse halten oder ist da der Aufstieg vielleicht doch auch schon ein Thema? Ja, vielleicht. Also ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass wir uns so ein bisschen dann in den höheren Ligen ein bisschen zurechtfinden, dass wir vielleicht dann gucken, dass wir uns etwas akklimatisieren. Aber wir sind natürlich bemüht. Wir haben natürlich auch die letzten Monate schon seit dem Winter unsere Planung so ein bisschen vorangetrieben. Wir haben probiert, natürlich unsere Kader so ein bisschen weiterzuentwickeln, vielleicht den ein oder anderen talentierten Spieler aus der Region noch weiter dazu zu gewinnen. Daher hoffen wir uns natürlich von der nächsten Saison dann auch in den Landesligen eine gute Rolle spielen zu können. Was erhoffst du dir ganz persönlich für deine Mannschaft in der nächsten Saison als Ziel? Was ist dein Ziel für das nächste Jahr? Ich glaube, es ist erstmal wirklich eine tolle Herausforderung, die wir uns da stellen. Sich da mit ganz namhaften Mannschaften messen zu dürfen, ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Und ich glaube, dann im ersten Jahr Landesliga sollten wir uns da erstmal akklimatisieren im Grunde. Und ja, ich glaube, dass wir aber auch eine ganz gute Rolle spielen können. Dann gucken wir mal, wie die drei Aufsteiger dann in der nächsten Saison das Ganze meistern werden. Auf jeden Fall viel Glück natürlich für euch nochmal an dieser Stelle. Am Sonntag ist dann das letzte Heimspiel des SV Rödinghausen in der Oberliga in dieser Saison. Ab 15 Uhr geht es hier gegen Westfalia Rünern. Würde mich natürlich freuen, wenn wir sie dann hier im Stadion begrüßen dürften. Der letzte Termin vor der Sommerpause des SVR ist dann am 3.6., also am kommenden Dienstag, das Pokalfinale in Kirchlängern. Auch da ist ihre Unterstützung wie immer sehr willkommen. Der letzte Termin vor der Sommerpause, also für die erste Mannschaft. Wir melden uns in der nächsten Woche aber nochmal, bevor wir dann in die Sommerpause gehen. Bis dahin, bleiben Sie sportlich. Ciao.